Ich will euch ganz genau zeigen, wie man einen Holzsturm in Djeribay in zwei teilt. Balehoyen! Hey! Sehr gut! Hey, das ist klar! Das ist klar! Jetzt können wir lecker chillen am Bereich. Du hast aber die Skars übrig. Das sind Kampfspuren. Das gehört dazu. Danke. Ne, moi! Da habt ihr's! Weißt du, wir haben nicht dieses Issue, was manche auch gesagt haben, wenn die in die Wüste fahren und Holz vergessen haben. Hier ist Holz, das liegt hier basically überall rum. Überall. Heute ist sowieso auch ein Special Edition Video. Meistens machen wir die Videos so. Ne? So. Heute machen wir das Video so. Alright. Volume 2. Hau den gegen deinen Kopf! Ja! Mach die andere aber ich… Die müssen eine kleinere Klippe nehmen mit mehr Krawoom. Wach! Wach, Rookie! Wach, Rookie! Du hast doch sein… Alright. Aber hau den so! Der hat doch kein Gewicht! Shut up! Der ist ja nicht hintenüberfall! Wagen jetzt! Mein Dorf! Yay! Oh, der Dorf, Oki! Nein, Boys! Was kann man so sucken? Was kann man so sucken? Du musst Dardach gehen, du musst Dardach gehen. Ja? Vielleicht Palle du bist dran. Ah, mit einer Hand, Oki! Okay, dieses Ding geht gleich in deinen Kopf. Komm, noch hier nicht. So machen wir Holz, zickeln nicht. Ganz easy. Die Zeit von zickeln ist vorbei. Aber check den, Oki. Der kriegt ihn nicht mehr hoch. Oki! Er fällt bald über seine eigene Klippe rüber. Wir haben unseren ersten Fail. Wir kommen aus Ocken, Afrika. Wir wissen, wir haben einen Kamel da noch zu kappen. Dieser Hund ist ganz nervös da hinten. Kappen die jetzt. Nicht zickeln hochgeben. Und hebe das Ding! Shut up! Hebe das Ding! Der geht, der geht! Der geht, der geht! Der bounced nicht zurück! Der geht von Wurmen, Freunde! Ja! Ja! So! So! Horing, stell auf deine Krippe! Ja! Die Problemländer, die gooien nicht mehr die Ofteil. Die Problemländer, die gooien nicht mehr die Ofteil. Okay. Rebo, Rebo! Er verlangt dein Fuß, Oki! Ah! Die kleine Zitrone! Nee? Fuck! Ja, komm! Da komm, Babi Jan! Ah, sei! Aber was mich, was mich quite impressed hat, ist, man merkt Palle ist ein echter Nähmauki. Weil in dieser ganzen Aktion von dieses Holz holen und so, der hat nicht einmal seinen Dob aus der linken Hand rausgelassen. Der hat alles mit einer Hand gemacht. Außer die Klipperdecke, Freunde. Sonst hat er immer nett mit seinem Dobso-Ti seid ganz standard.